Hallo. Das ist verrecker, oder? Das riecht immer gut. Das riecht nach Blumen. Ey, das löstet. Das ist nicht wegkommen. Darf ich mich so? Los. Wir müssen das verfolgen. Was sagst du dazu? Wie gefällt dir das? Ja, ja, ja. Schön auf den Rücken liegen. Das riecht dann so schlecht, gell? Das riecht voll gut. Puschen raus. Das ist ganz schön Druck dahinter. Ja, hallo, du Süßer. Wo bist denn du? Da bist du ja. Da ist ein anderer. Es ist noch ein zweier.